moin moin leute willkommen zurück bei es wird schon monowulfa sagen willkommen zurück bei battlefield 3 und ja wir spielen heute mal einen modus den wir noch nicht auf meinem kanal gesehen haben und zwar squad team deathmatch ich habe da gerade mit dem kumpel eine lobby gesucht der scheint auch schon mal nicht in meinem squad zu sein also ist das schon mal richtig dumm eigentlich aber in welchem squad sind der jetzt drin kann ich hier vielleicht irgendwo das scoreboard sehen punkte stand ja der ist mal sauber in delta reingeflogen alles klar das team wird gerade ultra verkackt so wir scheinen im guten team zu sein das ist ja mal nice allerdings muss ich jetzt gegen den das ist natürlich bisschen doof so wir haben die skl ich hoffe ich habe die richtigen aussätze für da hinten war einer oh mein gott so der erste kill alles klar hat ich natürlich nice das ist natürlich nice boah das leckt hier gerade uli belst ja ich bin tot verdammte axt ok squad team deathmatch muss ich mich echt mal daran gewöhnen weil das echt ein bisschen andere also ich habe noch nie gespielt wenn ich hier bin so ähm was haben wir denn jetzt in meinem team also nichts gutes anscheinend so mal eben spotten weil da sieht man nie wirklich die gegner scheint aber nix da zu sein ich hoffe mal der sniper schuss war nicht für mich gedacht na komm hilfe bei kill kommt schon kann auch irgendwie nicht wahr sein so können wir jetzt hier vielleicht flankieren gehen ich weiß es nicht ohne 10.000 punkte medaille suppression ja kennen wir ja schon haben wir schon ein paar mal bekommen ähm ok hier scheint jetzt nichts mehr groß zu sein mal ganz sicher gucken ob mir da keiner nachgegangen ist ach guck mal die märte an emm g3 a3 dort zu campen das ist arm leute das ist richtig arm ok jetzt haben wir 1 zu 2 ne ne ich glaub dieses squad team deathmatch ist dann doch nix für mich aber versuchen wir mal weiter ich will mal ein bisschen abwechseln in dieses ja multiplayer let's play kann man ja so sagen reinbringen und das bedeutet dann auch mal andere spielmodusen und so da kommt eine nade geflogen verdammte axt ok die sind wir noch ausgewischen boah ich brauche eine andere waffe wartet mal ähm was kann man denn noch so spielen ähm die aug vielleicht ne doch boah ich weiß es nicht oh jetzt weiß ich was ich für eine waffe spiele und zwar die l85 wo ist die denn da ist er l85 äh a2 genau guck mal eben die aussätze nach ähm ne holographisch wie sie habe ich jetzt gerade irgendwie kein bock drauf offen auch nicht rds könnte nice sein spiel mal ne warum kann ich nicht spawnen was ist da los oh god ich hätte hier nicht spawnen sollen da kommt einer ach du scheiße ach du scheiße ok da hilfe 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 ok puh ah scheiß dropshot geht natürlich nicht ähm ja ja ich bin gerade ein bisschen COD gewöhnt habe ich mal die letzte tage wieder ein bisschen gespielt ein bisschen kleckups und deshalb wollte ich mich jetzt irgendwie hinlegen so einen kleinen dropshot machen weil ich ganz genau wusste dass der kommen würde aber in battlefield geht das ja leider nicht so ich spawnen mal random ich glaube das ist am besten in dem moment ähm ich muss auch sagen ich kenne den teil der map hier nicht gut ach so doch jetzt weiß ich wieder wo ich bin alles klar ich denke mal hier läuft jetzt nicht so viel was ab vielleicht da oben in den häusern ne nicht so wirklich ähm ich würde mal sagen wir flankieren die leute vielleicht ein bisschen ok hier ist man zumindest im medipack das ist ja schon mal was das heißt hier müsste doch eigentlich irgendwo einer sein ernst was gibt hier panzer so den haben wir mal einen kleinen handy gegeben alles klar noch ein kill ok irgendwo links von mir ist auch jetzt ein panzer da aber ne der ist eher da rechts ok dann gehen wir hier rum so wo komm ich denn jetzt hier oben hin ich hab nämlich keinen plan von häusern ey ich bin ja nie ich bin ja keine camber madel ok dort ist der panzer hier unten äh mit dem lege ich mich jetzt mein lieber net an ich glaub der hängt grad irgendwo fest ne kann das sein ich weiß es nicht genau so ich muss ihn schnell killen bevor er eben seinen squad bei ihm spawnt so ein kill noch alles klar ui 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 rein hier so leute ich hoffe ihr habt auch ein headset zumindest hört er jetzt hier unten den panzer ah ich hab grad ein bisschen schiss ehrlich leider so wir müssen hier auf jeden fall raus weil sonst haben wir ein kleines problem aber ist lustig doch ich den kille mit dem ich im squad eigentlich sein wollte so direkt hinter die mauer in deckung der ist kein gegner immer nur eine gute nachricht ich würde mal sagen wir gehen jetzt hier links rum rein ähm dort scheinen auf jeden fall ein paar gegner zumindest zu sein das war nämlich der erste alles klar oh der hat mich gesehen noch ein kill ey das läuft ja grad richtig gut so jetzt muss ich aber aufpassen und zwar schnell weg hier so mein ganzes squad ist hinter mir ja alles klar die wohl alle grad bei mir gespawnt ok ähm bah 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 ey wenn du mich jetzt nicht revivist ey komm komm Junge ich liege direkt rechts unterhalb von dir jetzt mal im ernst das wirst du doch fertig bringen oder komm schon Alter hat er jetzt ernsthaft keinen Bock mich zu reviven der ist so oft bei mir gespawnt der typ jetzt kämpft er dort lieber wie mich zu reviven alles klar aber jetzt, ne jetzt bin ich ja schon natürlich links verschwunden, na egal wir spawnen trotzdem bei dem irgendwie muss man hier in diesem spawn deathmatch, äh in dem spawn deathmatch genau in dem squad deathmatch sehr sehr vorsichtig sind wo man spawnt weil äh ich frag mich gerade ob dort ein versuch wert ist ok wir sind mal unten drin, der kommt runter oh god, oh god, oh god ah ja ich kann nicht killen, na nicht mal einen hitmacher leute wenn ich nicht auf dem truff war, dann war ich zwar auch nicht, da kann ich anscheinend nicht mehr aimen ok jetzt sind wir hier die die arschlöcher die hier campen können wir nicht vielleicht irgendwie weg achte mal ok ein kill noch immerhin jetzt sind hier oben wieder welche alles klar, ein bisschen action gerade boah, 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 weg hier, weg hier, weg hier, weg hier ist ja nicht mehr normal so ich will jetzt nur noch weg ehrlich gesagt hm, so hier ist auf jeden fall eine ganze wo man gut flankieren kann so ich hoffe mal der typ weiß wo der hin ist wo ist er denn hier rein vielleicht ich weiß es nicht ich weiß es hab keinen plan ehrlich gesagt hier im haus scheint grad keiner zu sein hm gehen wir jetzt mal hier hingucken weil dort ist ein panzer ne, das ist natürlich auch doof ähm ne hier scheint doch kein panzer zu sein so ich glaub hier waren grad vorhin ziemlich viele gegner drin gehen wir mal hoch gucken so keine claymore da anscheinend dort sind er komm ich glaub die nade hat eine punktlandung gemacht aber na kommst du raus uh 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 komm hoch komm hoch ok wie weifen wir den schnell gesagt getan also im moment läuft dieses squad team dat match eigentlich echt gut also ich kann mich nicht beschweren wir sind aber trotzdem nicht vorne das hat ein bisschen aber was willst du machen was willst du machen ne kannst ja nicht immer gewinnen ist klar so vielleicht können wir jetzt hier in das nächste haus rein so mein squad kommt allerdings nicht mit das ist schade ich hab keine nade mehr na komm ich weiß dass du da bist ah ja leute also irgendwie ist diese waffe grad unzufall also irgendwie ist diese waffe grad unzufall